herzlich willkommen bei eurotruck simulatur 2 alleine in schweden und zwar letztlich mal stehen geblieben beim hinten hineinzufahren um das abzuliefern ja mal probieren ob man es schaffen los geht ein bisschen zu sehr gelenkt nochmals schaffen diesmal gucke ich auch ob ich keine Pausenknopf drücke noch nicht geschafft also müssen wir noch mal vorwärts fahren irgendwie muss dann noch ein bisschen weiter rüber wollen wir mal testen äh besser probieren ob auch wir das schaffen weil die letzte Folge haben wir es ja nicht geschafft ihn noch reinzufahren jawoll haben wir geschafft so müssen wir eigentlich jetzt Level 4 sein oh einen Schaden jawoll Level 4 mit einem Prozent Schaden ist ja nicht viel machen wir noch eine Fernfahrt dass wir ein bisschen länger fahren können mal gucken was für Aufträge jetzt da sind Schnellauftrag Polen Polen mhm meistens sind wir Deutsche nehmen wir gleich mal das an Fahre ich nach Polen mal. Ein... aha. Ein dicker 1000. Mal sehen wie es hinten aussieht. So ein. Fahre mal hin. Nach Polen. Ah, schöner Volvo. Hammer. Deswegen sind die Tankanzeige und so besser da als bei den anderen. Oh, zu eng genommen, die Kurve. Das ist wie mal ein Rückspiegel. So, nochmal Rückkehr zu fahren. Sieh mal, können es klappen. Gut. Haben sie es geschafft. Oh, ein bisschen mal richtig hinschauen. Mich habe ich gar nicht geguckt. Uh, da hinten war ein Auto. Ah, so ist es, wenn man nicht guckt. Nicht, man muss mal gucken, ob neben mir oder so einer steht. Oder Ampel. Irgendwie 70 Grad so komisch. Naja. Und grün. Schönen Gang angelegen. Jawoll. Und nochmal. Siebten. Nei. Ja. Da vorne gleich so hier bremsen. Ja. Fahr, 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 fahr. Ja. Boah. 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 Ich muss es geben. Oh, jetzt kann ich. Los geht's. Und in den neunten Rhein. ein bisschen die Landschaft in Schweden mal anschauen. Sieht gut aus. Die Landschaft. Hier ist sogar ein Wasser. Eine See. Kleines Mal. Ein kleiner See. Und jetzt schlechst ne Macht. Oh. Jawoll. Oh. 50 Grad erlaubt. Ein bisschen weniger fahren. Kommt da was? Nein. Aber darf hier einer kommen? Kommt da jetzt noch einer? Nein. Ja. Ja. Na. Schön nach Polen. und siehne geradeaus hier wir fahren wahrscheinlich mit diesem schiff da wir müssen ja übers wasser kommen noch hier rein hier rein hier rein doch gerade sind noch die kupplung getreten das ist ein auswürge naja das war letztes mal das problem da ist ein ender drücken kommt automatisch die pause die aufnahmepause aber ich hab sie mal weg gemacht mal gucken ob es noch geht ja ich das nimmt noch auf gut ok wollen wir mal das habt ihr letztes mal glaube ich nicht gesehen gut gut noch mal liste anscheiden los geht's ja ich muss ein blinken geht doch sowieso nur da lang glaube ich mal wir hier müssen blinken auch noch so eine blöde berganfahrt oh nein muss ich schnell reagieren wo ist das ausgegangen jawoll jetzt habe ich es jetzt heiße bergernfahrten wie ist der bisschen schon bescheid so oh ich fahre es wie so schnell ein freisverkehr ja perfekt naja jetzt 70 erlaubt alles klar ja oh reisverkehr ein bisschen langsamer fahren hier sooo hier noch nicht raus sondern hier raus jawoll in drei stunden sind wir dort weiß hier nicht hier merken wo istова Nü, bevor es an Nü war, oh, ich hätte sowieso blinken müssen, war viel zu schnell, viel zu schnell unterwegs gewesen, aber jetzt passt es. Na ja, ich kann noch ein bisschen mehr Gas geben, oh, da ist eine Baustelle, auch nicht schlecht gemacht. Ah, hier sehe ich halt fast meine 80, hier muss ich da rund, ha? Na ja, servus, Kollege, ma ouben, hey. Oh, ein bisschen weniger von. So, mal sehen. In zwei Stunden sind wir jedenfalls dort, aber bei dieser Folge schaffen wir es nicht. Also wir bei der nächsten Folge. Mal, mal, mal Fernlesern machen hier. Kommt da was? Ne. Ich dachte, ich muss jedenfalls mehr. Ein bisschen mehr jedenfalls. Oh, da ist einer auf dem Parkplatz wahrscheinlich ist da drüben gewesen. Ich bin an meine Maus gekommen. Kommt nix. Mal schnell über die Kreuzung. Machen wir Licht aus hier. Oh, das war eigentlich viel zu schnell. Na ja. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut noch rein. Ja. Und noch ein dickes Asphalt. Tschüss. Nicht den Daumen vergessen. Auf dem kommen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.